Den Vordenker des Jahres 2018 kenne ich schon ewig. Damals hat er noch Medizin studiert. Danach hat er eine fulminante Karriere hingelegt und ist an die Spitze der Anästhesieabteilung einer großen Universitätsklinik gelangt und hat dort ganz innovative Medizin gemacht, auf den Patienten ausgerichtet, früher als das viele andere getan haben. In einer schwierigen Situation für seine Universitätsklinik hat er dann den Vorstandsvorsitz übernommen und ist heute ein unternehmerischer Manager. Er verbindet kreative, visionäre Ideen mit pragmatischem Einsatz für die Probleme des Tages. Er ist sehr humorvoll und kann auch über sich selbst lachen, was man nicht von ganz, ganz vielen Managern in seiner Position sagen kann. Und, für mich ganz wichtig, er ist nicht nur kunstinteressiert, sondern er fördert sie sogar, weil er davon überzeugt ist, dass Menschen gestärkt werden können und gestärkte Patienten mitwirken können an ihrer Heilung, Heilkunst eben. Bei dem Vordenker des Jahres 2018 darf man vielleicht einmal ausnahmsweise sagen, weiter so. Und, für mich ganz wichtig,